Bundes-Trainer Joachim Löw will mit der deutschen Nationalmannschaft nach der verkorksten WM wieder eine Hauptrolle übernehmen. Er lebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. 2018 waren wir nur Statisten. Auch in der Nations League haben wir leider nie das geschafft, was wir uns vorgenommen haben, sagte Löw beim Neujahrsempfang der deutschen Fußball-Liga DFL am Dienstag in Frankfurt. Mein Löw, wieder dahin kommen, wo wir vor der WM waren, der Weltmeister von 2014 müsse 2019 wieder dahin kommen, wo wir vor der WM waren, eine Mannschaft, die in der Spitze mitspielt, fußballerisch überzeugt und auch eine souveräne Qualifikation spielt. Deutschland war bei der WM in Russland in der Vorrunde gescheitert und in der Nations League in die B-Liga abgestiegen. Nächstes Jahr ist EM, betonte Löw, da wollen wir eine andere Rolle spielen als letztes Jahr.